Ja, im Endeffekt, die haben ja auch eine ganze Masse, ne? Naja, das sei ja auf jeden Fall. Und das Spiel ist eins der Spiele, die das wirklich nahezu perfekt berechnen. Das Spiel ist eins der Spiele. Was wir über einen Schrott da haben. Haben sie, ne? Ich lass mir gleich mit vorwarten. Wo hast du die ganzen Erze hergezaubert auf einmal in der Raffinerie? Hammer! Nein, er muss die im Amt fallen, das Name. Beziehungsweise waren hier in dem Bootler, also hier in dem Orkpasta, waren dann noch Erze drüben. Das ist ja natürlich nicht. Krass! Ja, gut, im Orkpasta sind sie ja normalerweise auch nicht drin, ne? Hier war ja, wenn ein Burschiff. Hm, hier, wenn jemand hier fallen lassen. Ja, das aber. Ach, der ist toll. Na super. Die Waffinerie. Äh, tausend Baustellen gleichzeitig. Krass. Hast du Geschütztürme hier drauf gesetzt? Wo drauf? Hinten auf die Windturbinen? Nee. Oder? Doch, kann sein. Es ist schon zu lange her. Nee, jetzt diese Runde, meine ich. Hier oben waren noch keine Geschütze drauf. Ich sehe jetzt gerade welche oben drauf. Hier bei deinen Turbinen? Ja. Er kann sein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, es ist zu lange her. Ja, das kann sein, dass ich das war. Brauchen die nur Energie? Hm, genau. Wieso macht denn das das Bild in Repair nicht? Jetzt. Ja, ich müsste irgendwann mal wenigstens eine Arbeit abschließen. Du guckst gerade wegen der Basis? Achso, hier draußen haben wir kein Bild in Repair, ne? Hm, die Reichweite ist halt wirklich groß. Ach ja, doch stimmt ja auch. Haben wir ja hier. Ditten nicht die Posten. Nein, ich will nicht meinen Anzug wechseln. Ich muss den Windpark zuerst bauen, dann bauen wir mal die Fabrik. Ne, da muss ich ja noch die Sunnyanlage umbauen, ja. Das sollte schnell gehen. Ich denke, das müsste so passen. Wobei, wir könnten auch vorne an der Basis. Ich komme dann gleich wieder zurück. Ich bin mir wieder zurück. Ich bin nicht mehr zurück. Die Stimme ist erneet. Ich bin nicht mehr zurück. Ich bin nicht mehr zurück. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja Uiuiui Und absolute Nieten in der Unterhaltung? Na, das nicht. Ja, nee, das war ein Speis. Cool. Das, weiß ich gar nicht, wann das war. Ist gar nicht so lange her. Da wurde mir das sogar gesagt, von wegen so, ja, dass man das gut und authentisch findet, dass zwischendrin man dann auch zum Beispiel in meinem IP dann auch dann, wo man merkt, so, okay, jetzt überlegt er gerade und wie er das am besten macht und ist dann halt so ruhig. Konzentriert. Und bei vielem wird das ja dann alles rausgeschnitten, dass dann eigentlich nur diese Action-Sequenz neu reinbauen. Nee, um Gottes Willen. Oh, nee. Also ich fahr schnellere, gerne langweilige Sachen oder springe dann bei Laufwegen. Aber nö, der Rest gehört wirklich dazu. Das muss sein. Das macht auch das Feeling mit aus, finde ich. Gerade hier hat auch was Spaces. Dass man genau dann merkt, dass da irgendwas ist. Dann wollen wir nochmal hier die Bilder, die ich gebaut habe, einstellen. Also Strom sollte jetzt genug da sein. Wird noch gebaut? Nö. Fieht. Doch, jetzt. Nice. Wird mich. So Stück für Stück kommt einer noch ein bisschen vorbiegen. So, irgendwo geht noch eine. Aber deshalb sieht es eher so aus, als würde er das Schweißen hier gerade. Bei dir? Das habe ich ja schon mal gesagt, dass der schon was geschweißt hätte, ne? Und das, was ich weißen sollte, das hat er auf einmal abgebaut. Oh, was ist denn jeweils? Ah. Der repariert das. Von dem Arm repariert er das. Was? Ich denke ja, das gehört jetzt zu uns. Ja, baue es wieder ganz zusammen. Da kannst du jetzt nochmal eingreifen. Oh, was sieht geil aus, was du da gebaut hast, muss ich sagen. Oh, was ist denn das? Achso, das sind die Runden. Förderrohr. Ah, ich finde die echt ganz hübsch, aber. Starkes, unbekanntes Signal, ne? Ja, aber es sieht fast so aus, als wären die mit einem Kolben raus. Und daran hast du jetzt mehrere Build in Repair reingebaut. Zum Zerlegen. Drei, vier Stück. Ne, umge. Noch mal eins. Ja, aber die schweißen den Gegner. Das ist doch... Mhm. Das ist grundsätzlich gut. Und wenn du sie nochmal alle abbaust, in einzeln. Und dann nochmal guckst. Da hab ich mal mit dem Montierfarbe gearbeitet. Sieht auch nicht so aus, als würde das machen. Das ergibt halt gar keinen Sinn, weil das Ding ist halt gegnerisch. Ne, ist kurios. Schaut sie doch nochmal alle aus. Und dann eins sehen an und guckst du. Ja, schon gemacht. Vielleicht ist ja nur einer. Dann sind alle defekt. So seltsam. Das ist doch nur eine ganz andere Fraktion. Und wäre es ein Fehler von der Mod, hätte es ja mit deinem Urk was da auch sein müssen. Naja, wobei, bei dem hat die eben auch schon gesehen, dass die hier... Auch da den selben genau. Auch diese Einacht, ich weiß, immer noch, das verstehe ich nicht. Hast du alle fünf wieder aktiviert, bei der Familie? Der hat die zurzeit nur... ...demantieren gesetzt. Echt seltsam. Also, das ist ja auch nicht, was ich mir da weiter von halten soll. Ewigkeiten funktioniert das und dann auf einmal... Ähm, jetzt... Jetzt machen sie es aber... Hier unten wird der... ...auf demontieren gesetzt und hat die Demontierfarbe drin. Aber selbst mit der Demontierfarbe, wenn ich nicht sage, dass die nur demontieren sollen, dann würden sie es jetzt wieder schweißen, weil das haben sie nicht eben gemacht. Also, so richtig... ...richtig gut funktioniert das jetzt nicht. Kurios. Sehr, 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 sehr seltsam. Ach so, jetzt gerade, wenn die anfangen mit... ...schleifen, das ist ganz schön lecky. Ah, ja, wie gut. Aber ich würde dann für heute, glaube ich, gern... ...dass ist gut. Ich habe gerade im Ventron leer gemacht. Ach, sehr schön. Das ist ja komisch hier mit dem Bild, weil per... ...passt das nicht so gut. Da bist du gerade eben, hat das noch einmal ein Fall funktioniert, warum... Ich weiß es nicht. Irgendwie nicht. ...wollte ich das immer wieder? Halt, ich wollte doch... ...in das Inventar reinkommen von dem Ding. Ah! Ist vorne drauf. ...